Wo seid ihr denn? Warte, nicht draufhauen, lass deine Skelette aus. Ihr seid schon unterwegs, wa? Jetzt klickt schnell auf unseren Namen, sonst ist er tot. Es ist so spät. Ich musste aber die ganze Zeit leichter attackieren, weil sonst wird er verschwunden. Der erste Koplin hat er verpasst, vielleicht haben wir ja noch Glück und hier ist ein zweiter. Fang einfach vorbeilaufen. Also versuchen. Jetzt noch ein Koplin-Blut-Koplin. Ja, ich bin gar nicht drum. Man kommt mir erst bekannt vor. Ja. Ja, aber wenn du stirbst, kriegst du das. Wenn du stirbst, was? Wenn du stirbst und der Goblin auch stirbt, kriegst du das ja trotzdem. Aber scheinbar ist die Chance echt höher. Guck mal, jetzt sind wir zur dritten Hand, direkt zwei Stück, ey. Das war schon merkwürdig. Wenn du hier vorhin kommst. Ey, aber noch ein Koplin irgendwo. Ein Stern, ein Stern, der deinen Namen trägt, Junge. Hier oben noch einmal, ne? Dieser Feind wird sterben. Hm, das war schon. Seht mal die Blutsplitter aus im Moment. Über 300 Stück. So Frank, kannst du wieder teleportieren in der Stadt? Ich muss zurück her. Das machen wir jetzt die ganze Zeit so. Nichts Besseres zu tun haben. Spiel verlassen. Spiel verlassen. Ja. Aber nicht Koper. Hey, nur spielen. Hey. Hast du dir gemerkt, wo das ist, die Stadt gerade? Nö. Äh, ich teleportier mich direkt dahin und da kannst du einfach auf meine Fahne klicken. Am einfachsten. Da muss er nichts machen. Ja, und die Gegner, bist du drauf achten, was du jetzt alle weg machst, auf dem Weg, bis zum Schluss. 2 ist kranklich, wenn man noch was wird. Der ist noch nicht mal ander halt so weit wie ich. Dann dauert das halt mal 2 Minuten länger, wisst du? Oh, hier ist schon ein Goblin wieder. Ja, der ist noch nicht da. Oh, ich bin da. Achso. Vielleicht doch nicht losgelaufen. Gesegnet. Ich bin gleich. Wenn Ben weg war, habe ich mich gleich teleportiert zu Ben. Ah, ein interessanter Gegner. Der muss mich erholen. Mann, du blödes Kind hat mir da wenigstens mal die Sachen aufgeben. Soll erstmal ab, bis wir hier grob wechseln. Was, bis jetzt hier der Run? Ein Goblin, mindestens einer. Achso. Wir sollten das echt in der Gruppe machen. Erstmal ein paar Leichen hier. Nein. Ich glaube, es ist gut, dass ich wieder Altern drinne habe. Weil ich kann hier in den Gruppen stehen, das sieht jetzt nicht nett. Doch, Altern macht sich doch bei mehrfach. Muss ich das jetzt nur, weil die Sense immer mit auf die Viecher haue? Auch nix mehr. Ne, war wieder nur einer. Ob auch einer ist immer mehr weh? Keiner. Hallo. Hallo. Ein Verbündeter ist fort. Meine Feinde werden schwächer. Nein, der ein Herz hat, oder? So. Ein Netz höher? Du? Oh, gleich. Siehst du gleich, was ich damit meine? Klar, ich mach gar mal einen Diamanten nicht besser. Du hast hier das Spiel verlassen, oder was? Jo. Mal alles neu starten. Guckst du jetzt, was ich meine mit, ich bin der Einzige, der ein Herz hat? Ja. Wo, wo hast du ein Herz? In der Hand. Ja, wo wir das Kreuz in der Hand haben, und er hat das Bucht in der Hand. Ja, wo wir das Kreuz in der Hand haben, und er hat das Bucht in der Hand. Wer ist da? Ich bin auf dem Weg. Auf dem Weg. Ich bin da. Ich bin da. Was, wenn die immer hier von dem Geländer runter fliehen. Ich will die nicht. Ah, wird das der erste Miss Run werden? Jo. Kein so war. Guck ich schon. Wobei auch eben schon einer wieder versteckt ist. Nein. Nein. Ich bin jetzt hier einfach recht. Da wäre die Champions League noch Probleme, aber auf Quad 13, aber... Na, sie muss sagen, altern macht sich doch echt bemerkbar. Also, ich balle hier fast gar kein Leben mehr. Moment. Da verzichte ich doch lieber auf ein bisschen Schaden. Oh Gott. Meine Feinde werden schwächer. Ich kehre in die Stadt zurück. Dann bist du schon raus aus dem Spiel, oder bist du noch drin? Nein, ich bin schon raus. Also. Wieso? Ja. Ja, wir machen mal dann auch. Hä? Ah, wir verlassen. Hallo? Ah. Bist du, hast du das Spiel noch nicht verlassen? Doch, ich bin noch hier vorne. Zack, und jetzt bin ich wieder in der Stadt. Ah... Dann hab ich das Spiel verlassen, ja. Weil? Weil was würdest du gefunden habe. Nein. Wie nein! Hä? Was seid ihr denn? Na ich vorkomme mit demosium der ganze Hör. Was ist denn alles hier stehen? Ich laufe nur ein Stück bevor, was wir uns vielleicht nicht sind, hätte ich glauben. Ich bin jetzt egal. Oh, ich eh nicht. Die alle stehen und liegen lassen. Wo ist er denn hin? Ach, ich geh mir nicht hin auf den Sack hier ein. Ich will dir helfen fahren. Nein, ich will mich ja nur hinter dir helfen fordern. Jetzt habe ich es geschafft. Hast du auch genommen alles? Nein, wir haben lange nicht viel, oder? Ne. Hä, warum bin ich jetzt in der Stadt? Weiß ich nicht, der ist mich ganz allein gelassen jetzt hier. Komm mal mit. Den nimm auf. Gucken wir, ob sich das besser macht. Das hat er jetzt aufgenommen. War nicht schwerer Wind. Ne. Macht 0,3 mehr Schaden. Aber dann minus 5,5 drehe ich halt. Hat es aber auch schon mal anziehen, wenn du willst. Da ist immer gut. Da mach ich mal in der Stadt, weil ich muss aus dem anderen S den Stein rauslegen. Ja. Darf ich das Spiel jetzt verlassen? Ja. Meine Feinde werden schwäch. Spielen mal an hier. Aber jetzt war noch kein Run dabei, wo keiner war, ne? Ne. Wir hatten es jetzt so, seitdem Frank mitläuft. Schau mal ein Bein auf. Eine Vorlegung. Und bleibt mal hier vorne beim Frank, und sichert immer ein bisschen mit ab. Lass ich jetzt grad vier teilen. Ne. Ja. 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 Ich glaube erst mal grob durch um zu gucken ob hier was anderes noch ist Ich glaube es gibt die erste 0-Nummer Ich glaube es gibt die erste 0-Nummer So verkraften wenn wir jetzt dreimal gelaufen sind und ich meine 1-1 Da war keiner dabei war Das ist nix wahr? Nö Ein Verbündeter ist fort, meine Feile werden schwächer Du gehst schon wieder aus das Spiel gleich raus aus wie vorher in der Stadt Na und? Mach das mal aus der Stadt raus Mach keinen Unterschied, hab ich die ganze Zeit so gemacht Find ich schon Achso ganz ehrlich nicht Gut es ist vielleicht ein paar Sekunden schneller weil du sonst 10 Sekunden Ablinkzeit hast Meine Kontrolle ist ausgegangen Meine Kontrolle ist ausgegangen Ich weiß nicht willst doch nicht eine Explosion Ich weiß nicht, es müsste keine Explosion Das war's für heute. Krass, ich kann hier voll in der Suchbe schütteln, das juckt mich jetzt überhaupt nicht mehr Der ist da ein Goblin, da ist er doch In Juwelen hat er, den verhaue ich, ein bisschen verdroppt er, ein bisschen mehr Jetzt kriegst du deine gelben Steine, Frank Ja, ich mach extra langsam, damit ein bisschen mehr getroppt wird Ja, das war's Das laufen, Mann Oh, die Ausbeut ist echt nicht schlecht hier Die erstmal Inventalia machen Oh, ich wollte, dass ich wieder das nächste Spiel starten konnte Ich muss zurückkehren Ich muss zurückkehren Ich hab keine 20 oder 30 Mal gemacht und hatte Man kann fast sagen, alle 10 Run in Ponylander Bei den hast du noch nicht mal einen ersten Wer den ersten hatte, ist ja schon gut leider gehabt Naja Ist auch noch dabei Vielleicht ist ja wirklich das was rar ist Das war's Das war's Das war's Das war's